Die Kamera ist wie ein Teil von mir. Ich mach gute Fotos, aber das genügt einfach nicht. Du weißt genau, wo du hinschauen musst. Nur nicht wann. Wir werden unsere eigenen Nachrichten machen. Die kommen schon angekrochen, wirst sehen. Willst du jetzt endlich Kriegsreporter werden? Oder nicht? Wir warten noch auf jemanden. Ich bin Zeynep. Das ist nicht Europa, wo wir hingehen, sondern der Nahe Osten. Ich komm wieder, keine Sorge. Wenn wir die Grenze überquert haben, wird es schwierig. Hast du einen Ausweis? Bist du einer von ihnen? Wir müssen in die Türkei zurück, meine Süße. Fuck! Das ist die einzige Möglichkeit, unsere Haut zu retten. Hauen wir ab. Help me. Es gibt von hier keinen Kommen. Weißt du doch, Mann? Ja. Lass mich in Ruhe an! Was war deine Aufgabe? Ich bin Fotograf. Ich mache Videos. Wie weit würdest du gehen, um deine Haut zu retten? Ja, dass du dich da bin.